»Tistou mit den grünen Daumen« von Maurice Trion Der Autor stellt einige äußerst wichtige Überlegungen über den Namen »Tistou« an. »Tistou« ist ein sehr ungewöhnlicher Name, er kommt in keinem einzigen Kalender vor, weder in Frankreich noch in anderen Ländern. Es gibt keinen heiligen »Tistou«. Trotzdem aber gab es einen kleinen Jungen, den alle Welt »Tistou« nannte. Dieser eigenartige Umstand bedarf der Erläuterung. Ein paar Tage nach seiner Geburt nämlich, er war noch nicht viel größer als ein Graubrot und lag in seinem Brotkörbchen, ein paar Tage nach seiner Geburt waren eine ältere Dame in langärmeligem Kleid und ein Herr im Zylinder erschienen und hatten ihn zur Kirche getragen. Die beiden hatten dem Pastor erklärt, der Kleine heiße François-Baptiste. Der kleine Junge hatte natürlich protestiert, wie viele Säuglinge in seiner Lage, aber die Erwachsenen haben ja keine Ahnung von den Protesten ihrer Neugeborenen und beharren eigensinnig auf ihren vorgefassten Meinungen. So hatten sie also mit Nachdruck darauf bestanden, dass das Kind François-Baptiste heißen müsse. Dann hatten die langärmelige Dame und der schwarzbehütete Herr den Kleinen wieder in die Wiege gelegt. Und nun war etwas sehr Sonderbares geschehen. Die Erwachsenen waren nicht mehr in der Lage gewesen, den Namen auszusprechen, den sie ihm selbst gegeben hatten, und sie hatten begonnen, ihn »Tistou« zu rufen. So etwas kommt häufig vor. Achtet mal drauf. Es gibt zahllose kleine Jungen und Mädchen, die beim Standesamt oder im Taufregister der Kirche ordnungsgemäß eingeschrieben sind. Sie heißen Thomas, Susanne, Agnes oder Jean-Claude. Und trotzdem ruft man sie niemals so, sondern man nennt sie Tom, Susi, Flöchen oder Malörchen. Woraus ersichtlich ist, dass eine vorgefasste Meinung eine falsche Meinung ist und dass die Erwachsenen unsere richtigen Namen überhaupt nicht kennen. Genauso wie sie auch nicht wissen, woher wir eigentlich kommen, warum wir auf der Welt sind und wozu. Sie tun nur so, als wüssten sie es. Diese Feststellung ist wiederum sehr wichtig und erfordert notwendigerweise noch einige zusätzliche Erläuterungen. Wer nur mit dem einzigen Ziel auf die Welt gekommen ist, erwachsen zu werden, in dessen Kopf finden vorgefasste Meinungen sehr rasch Eingang, in dem Maße nämlich, in dem die Köpfe dicker werden. Derartige vorgefasste Meinungen, wie sie die Menschen schon seit langer Zeit fabrizieren, finden sich in den Büchern. Wer sich also auf die Bücher stürzt oder wer den Menschen, die viel gelesen haben, aufmerksam zuhört, der wird sehr schnell erwachsen werden und allen anderen Erwachsenen ähnlich sein. Wir müssen noch erwähnen, dass es über jeden beliebigen Gegenstand mehrere vorgefasste Meinungen gibt. Das ist sehr praktisch, denn dadurch kann man sie ab und zu wechseln. Wenn man allerdings mit einem besonderen Auftrag auf die Erde gekommen ist, wenn man eine ganz bestimmte Arbeit auszuführen hat, dann ist die Sache nicht so einfach. Die vorgefassten Meinungen, deren die anderen sich so leicht bedienen, bleiben nicht in unserem Kopf hängen. Kaum sind sie durchs rechte Ohr herein, da fliegen sie durchs linke Ohr wieder hinaus und dann fallen sie auf die Erde und gehen in Scherpen. Dadurch bereiten wir unseren Eltern und allen anderen Erwachsenen, die so unbeirrt an ihren prachtvollen Meinungen festhalten, einige Überraschungen. Und meistens sind es Unliebsame. Seht ihr, genau das ist es, was auch mit dem kleinen Jungen geschah, den man Tistou genannt hatte, ohne ihn zu fragen. Wir werden mit Tistou, seinen Eltern und dem funkelnden Haus bekannt gemacht. Tistous Haare waren blond und zu einem Schopf hochgekämmt. Stellt euch Sonnenstrahlen vor, die sich beim Auftreffen auf die Erde in Ringellöckchen zusammenkräuseln. Tistou hatte große, weit geöffnete blaue Augen und frische rote Wangen. Er wurde fortwährend abgeküsst. Denn die Erwachsenen und besonders die mit großen schwarzen Nasenlöchern, Falten in der Stirn und Haaren in den Ohren, haben die Gewohnheit, jeden kleinen Jungen mit frischen roten Backen zu küssen. Sie behaupten sogar, das hätten die kleinen Jungen besonders gern. Wieder eine ihrer vorgefassten Meinungen. In Wirklichkeit nämlich sind es die Erwachsenen, die darauf so versessen sind. Und es ist sehr freundlich und höflich von den kleinen Jungen mit den frischen roten Backen, dass sie den Erwachsenen dieses Recht zugestehen. Und es ist sehr freundlich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Vielen Dank.